Es ist wie es ist, alle haben sich verpisst, aber die Leute trinken Bags und es ist 20 vor 6. Und geht direkt um 7 erst mal frühstücken und dann pennen. Tschüss. Was tun sie? Ich filme sie. Damit du die Cuba Libre nicht vergisst. Genau. Warst du das? Hat irgendjemand von euch Strichliste gefehlt oder mitgezählt? Ich habe überhaupt keinen Überblick. Könnte ich erfahren, wieviel ich gesündigt habe, bitte? Darf ich ihm dann mal ein paar Scheine zuschnecken? Ja, ja, unauffällig. Weißt du was? Du hast haargenau 7 Lieblings. Das kann nicht nur 7 gewesen sein. Das kann nicht nur 7 gewesen sein. Das waren mindestens 7. Gut. Das muss noch länger bleiben. Danke sehr, mein Herr. Länger auch sehr. Länger auch sehr. Also ich persönlich habe mir zu danken. Man muss ja morgen noch mal eine Viertelstunde Showcase nachweisen. Flo und die Müschen ist der am Wanken. 7. Das ist eine Lüge. Irgendwelche sind an der Strichliste vorbei. 3. Wieviel Drinks von dir wurden nicht aufgeschrieben, bitte? Oh, einige. Okay. Ich war auf jeden Fall zweistellig, damit das schon mal klar ist. Zweistellig. Ja, das ist schon das letzte vom letzten Jahr. Ja, guten Morgen. Hallo, liebe Kamera. Ich weiß nicht. Ich heiße Jenny. Hi, Silassi. Heiß und Huss und Hüssensohn. Amerika muss brennen, Nigga. Und du? Ich bin Professor Dr. Gadget. Nein, gibt's ja schon. Eigentlich sind sie moderne Penner, kannst du sagen. Welcher dich? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Nimm die jetzt auf? Ja, gut, ja. Echt schon gesehen, auf jeden Fall halt. Wir werden gefilmt, ey, wir kommen ins Fernsehen, wir werden berühmt. Sind wir jetzt berühmt irgendwie? Ja. Ja, wir kommen nach Hollywood, wir werden filmst aus. Ich brauche Crack. Was habt ihr für Dinge halt? Pass auf, nimmt doch unsere Betroffenheit auch. Ja, auf jeden Fall. Also, das darf er ruhig machen, mitten auf der Straße und so. Soll ich dir jetzt ein Interview geben? Ja. Ich meine, der Haifischbar rockt die Scheiße fett und krault sich doll am Wacken. Ich geh nicht in die DDR, die DDR hat mich gerade rausschmissen. Ich hau die Scheiße. Wir sind jetzt. Royalty. Hey. 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 Ich geh jetzt ins Hotel frühstücken, weil es ist 7 Uhr und ich hab den Bonus-Level gecrackt. Hier. Warum ist denn alles spiegelverkehrt? Ich kann gar nichts lesen. Egal. Ich muss irgendwas essen, dann bin ich wieder ansprechbar. Tschüss. Und ich rock den Shit. Was ist denn? Ich hatte hier gerade im Konzert, in diesem Laden Brain Club. Wenn Sie da nochmal gleich aufs Bild gucken wollen, da steht mein Name drauf. Ja? Ja. Sehr lebenswürdig. Hey, locker bleiben! Locker bleiben! Ich bin Araber! Ich muss hier weg! Der alte Bahnhof Braunschweig. Haben wir Nachtschwung gesehen. Ich jetzt auf dem Rückweg. Von der Party mit Mutter gehen. Peace!